Dreiländer Radweg 3 Bundesländer minus ein Radweg. Der in Teilen anspruchsvoller Rundkurs erschließt die Schönheiten des Odenwalls im Dreiländereg Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Falls man die Rundtour in Gegenrichtung der offiziellen Empfehlung radelt und zwischen Erbach und Eberbach die Odenwaldbahn nutzt, ist der Rundkurs auch für Anfänger ideal geeignet. Streckenprofil Länge – 225 km Ausschilderung – Durchgängig gekennzeichnet durch kleinere Zwischenwegweiser bzw. mit Aufklebern auf vorhandenen Schildern. Steigungen – Sind vorhanden, die größten Steigungen können aber mit der Odenwaldbahn umfahren werden, bei Zugfahrt von Erbach bis nach Eberbach. Wegzustand – In der Regel zufriedenstellend. Von Asphalt bis Schotter ist alles vorhanden. Verkehrsbelastung – Der Radweg ist weitgehend verkehrsfrei geführt. Geeignetes Fahrrad – Da die gesamte Strecke schon einige längere Steigungen besitzt, nutzt man am besten ein Trekkingrad mit bergtauglicher Schaltung. Etwas Profil auf den Reifen macht ebenfalls Sinn, da zum Teil Schotterwege zu befahren sind. Familieneignung – Für Familien mit kleineren Kindern aufgrund der Steigungen nicht geeignet. Inlineeignung – Durchgängige Inlineeignung besteht nicht. Hintergrund der Rundkurs erschließt die Schönheiten des Odenwaldes. Weitere Informationen über die Region sind im Artikel Odenwald zu finden. Öffentliche Verkehrsmittel als Einstiegspunkte in den Rundkurs eignen sich. Höchst im Odenwald, Michelstadt, Erbach, Hirschhorn am Neckar, Moosbach und Obernburg am Main. Diese Orte besitzen Bahnanschluss. Achtung, angeschränkte Fahrradmitnahme auf der Odenwaldbahn, die Fahrradmitnahme ist zwar jederzeit unentgeltlich möglich, allerdings kann es, besonders an Werktagen, zu Kapazitätsengpässen kommen, wobei andere Fahrgäste, mit Kinderwagen oder im Rollstuhl, jederzeit Vorrang haben. Linien des Naturbus verkehren von Ende März bis Ende Oktober an Wochenenden und Feiertagen zwischen Michelstadt über Amorbach nach Miltenberg und zwischen Michelstadt über Berfelden nach Erbach am Neckar. Der Naturbus ist ein Angebot der Odenwald-Regionalgesellschaft. Mit dem Fahrradradanreise und andere überfolgende Radfernwege, Hess. Radfernweg R9, vom Rhein ins Land der Nibelungen, von Worms aus Hess. Radfernweg R4, von Dornröschen zu den Nibelungen, Mainradweg Neckaradweg Limesradweg der Route D4, Mittellandroute. Auf der Straße über das Straßennetz des Region. Sinnvolle Einstiegspunkte sind auch hier, höchst im Odenwald, Hirschhorn am Neckar, Moosbach und Obernburg am Main. Gemäßigte Bergvariante für Anfänger Falls man die Rundtour entgegen der offiziellen Empfehlung radelt, ist der Rundkurs auch für Anfänger ideal geeignet. Bei der Fahrt gegen den Uhrzeigersinn nutzt man dann am besten zwischen Erbach und Eberbach die Odenwaldbahn. Bei dieser Variante sollte man aber zwei Übernachtungen in Eberbach einplanen, um Zeit für eine Stichtour ins sehenswerte Hirschhorn zu haben. Die Route mit Start ab Obernburg Main 300 BX Pipe Symbol Zampipe Symbol, Moosbach, das Palmessietskihaus am Marktplatz, Zampipe Symbol 300 BX Pipe Symbol, Hirschhorn, Neckarpipe Symbol, Hirschhorn am Neckar, Altstadt mit Schloss, nach dem Start in Obernburg am Main radeln man am besten die Müngling entlang Richtung Breuberg, sehenswerte, fast vollständig erhaltene Burg. Über höchstem Odenwald sowie Bad König wird Erbach-Michelstadt erreicht. Unterwegs lädt Breuberg mit seiner fast vollständig erhaltenen Burg zu einem Stopp ein. Südlich von Erbach, Odenwald, gibt es auf dem Weg nach Bärfelden die erste längere Steigung zu überwinden. Den Anstieg auf die sehenswerte Hohe Straße können Sie aber mit einer Fahrt auf der der gefährlichen Bundesstraße ohne Radweg umgehen. Ein talseitiger Radweg ist hier in Planung. Zwischen Hetzbach und Bärfelden muss man aber in jedem Fall auf die Höhe nach Bärfelden auffahren. Über einen schönen Höhenweg erreicht man über die Sonnenterrasse von Rotenberg schließlich Hirschhorn am Neckar. Für die Abfahrt in das Neckartal, geschotterte Waldwege des R4, kann man alternativ ab Rotenberg auch die wenig befahrene Landstraße nutzen, Achtung, an schönen Tagen viel Motorradverkehr. In der historischen Altstadt von Hirschhorn lädt das Schloss zur Besichtigung ein. Zwischen Hirschhorn und Moosbach folgt der Rundweg dem ebenen Neckaratweg. Sehenswerte Stationen sind hier Eberbach mit seiner gemütlichen Altstadt sowie Zwingenberg mit Burg- und Wolfsschlucht. Zwischen Moosbach, sehenswerte Altstadt, und Mudau verläuft der Rundkurs auf der Trasse der ehemaligen Schmalspurbahn. Auf der meistgeschotterten Wanderbahn gewinnt man bequem und ohne große Anstrengung stetig an Höhe. Ab Mudau geht es hügelig über Buchen, Abstecher zur Eberstädter Tropfsteinhöhle möglich, nach Waldürn mit seiner sehenswerten Altstadt. Von hier aus rollt man fast wie von alleine auf guten Radwegen nach Amorbach hinab. Über das historische Miltenberg erreicht man auf dem Mainradweg wieder den Startpunkt bei Obernburg am Main. Ausflüge Hess. Radfernweg R4 Mainradweg Neckarradweg Limesradweg Literatur und Kartenhinweise Streckenverlauf im Radroutenplaner Hessen Kompass Wander und Radtourenkarte Odenwald Maßstab 1 zu 75.000 dem See Kompass Verlag.